Guten Tag. Ausweise? Schon wieder die Ausweise? Muss das immer noch sein? Mann, oh Mann. Wir sind die Ultras! Angelo. Angelo, Schatz, was ist denn los mit dir? Jedenfalls warst du mal ein Monster. Früher mal. So vor 20 Jahren. Bist du verhext? Sag mal, was ist denn nur aus dir geworden? Wir sind alt geworden. Sieh dich mal an. Wir sind die Apachen! Und deshalb fahren wir nach Rom. Wir wollen mit nach Rom. Ich will meinen Bruder rächen. Du hast es schon geschafft, dass einer meiner Söhne umgebracht wurde. Ich habe nur ihn, Sandro. Rom wird kein Spaziergang. Die müssen kapieren, dass die Ultras zurück sind. Und wir müssen ihm Angst machen. Wir müssen ihm Angst machen. Und was passiert, wenn wir gewinnen, meine Fresse? Dann ist die Hölle los in der Apel. Dann ist in der ganzen Welt die Hölle los. Dann ist die Hölle los. Und wir müssen so peace und herein Committee RIGHT auf. Heart.